Musik Ja, warum rennen denn da nicht? Ah, jetzt, 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 jetzt mal sagen Okay Rrrr 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 Rrr Ich bin für den Dämonen. Ich bin für den Dämonen. Ich bin für den Dämonen. Was ist hier jetzt los? Feuerwehrschild oder was? Weiter! Ich werde dich umreden! Ich werde dich umreden! Ich werde dich umreden! Ich werde dich umreden! Der Sieg gehört uns! Ich werde dich umreden! Wenn ich mit dir fertig bin, trinke ich deine Tränen. Ich werde jedem meiner Kinder ein Stück von dir geben. Weg mich, ich geh hoch! Wir können nicht mieten! Nein, 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 nein! Werner, ich steh ihn jetzt für dich! Wie ein neues Führer! Nein, 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 nein! Ich bin auf, Fudura! Stop! Stop! Ich bin auf, Fudura! Ich bin auf, Fudura! Ich bin auf, Fudura! Ich bin auf. Ich bin auf. Fudura! Kumpel, warum machst du das? Nur lässt dich grüßen. Nur? Nur? Glaubt sie tatsächlich noch, dass ihre Familie lebt? Ah, Mann, wir sind seit Jahren tot. Oh, Gott. All diese liebe Mama-Briefe, die habe ich auch selber geschweben. Na ja, Ashley, meine Tochter, halt mir. Sie dachte, ich habe eine Brieffreundin. Sie drückt auf die Tränengröße, meine Ashley. Ich glaube, sie hat Talent zur Schriftstelle, Henk. In der Grundschule schrieb sie ein Gedicht. Meine Frau und ich wandten wie Babys. Hey, Jay, komm schon. Lass das doch sein. Die Schleuchte ist hier wichtig. Wenn sie das nicht jetzt, das... Er lebt noch. Wäre er tot. Ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer. Zeig ihm sein neues Haus. Wer war das? Elende, wilde... Lass das! Moment mal. Das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche. Ich mache mein Handy, Mann. AJ, bitte. Bitte. Ich mache mein Handy. Lass mich los, ihr Papier-Ausche. Ashley. Ashley, Baby, Daddy ist hier. Danke, AJ. AJ, du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Stadt der Schmerzen. Mission beendet. AJ, jetzt wo Paul auf dem Weg ist, ist sein... Befestung Barschakot angreifbar. Das wäre ein guter Zeitpunkt für einen Angriff. Oh. Fährt sich die Geschichte neu schreiben. Entferne 30 Propaganda-Poster. Nur Kampagne. So. Und noch ein Erfolg gleich hinten dran. 50. Einer weniger. Entscheide über Blurs Schicksal. Ähm. Wo ist denn jetzt in dein... Ah, hier. Gut, dann gehe ich da jetzt hin. Jetzt, jetzt was sagen. Jetzt wäre mal das Takeover. Und da werden wir jetzt hin... In... ...Pose muggeln. Ja, Namaste. Ich will aber kein Tee. Ich war letztens erst in Amerika. Ich habe Ishwari gefunden, konnte mich aber nicht überwinden, sie zu besuchen. Nicht nach all den Jahren. Solche Entscheidung bereut man immer, wenn die Leute sterben nicht. Jedenfalls war ich mit De Pleur dort oder eher mit Paul Harmon. Er lud mich zu sich ein, um seine Familie und seine andere Seite kennenzulernen. Es war unglaublich, den Mann hinter dem Mann zu sehen. Paul. Den liebenden Ehemann und Vater. Ich war genauso neidisch, wie es mich für ihn freute. Wir gingen zu einer Schulaufführung seiner Tochter und da war sie. Ashley. Das Licht seines Lebens. Er hatte Tränen in den Augen. So stolz. So voller Liebe war er. Da kam ich ins Grübeln. Was, wenn ich Ishwari gefolgt wäre? Was, wenn du dich durch ein Klavierkonzert gestümpert hättest, während ich dich durch einen Tränenschleier im Sucher sehe und jeden wertvollen Moment festhalte? Es trifft einen immer, wenn's zu spät ist, AJ. Immer, wenn's zu spät ist. Brüder und Schwestern, hier ist freies Kürat mit Rabbi Ray Runner. Es ist kein Geheimnis, dass Kürat finanziell nicht gut dasteht. Aber wenn es nach Amita geht, geht's bald bergauf. Ich wähle von Schulen, Krankenhäusern, Geld, um Ärzte und Lehrer zu bezahlen. Und, wer weiß, vielleicht sogar für Schutzimpfungen. Klar, das wäre alles Drogengeld. Aber, das ist ob. Ich hab was gehört. Los, hieß mal nach. Hey, du. Geh und sieh nach. Ich mach Hundefutter aus hier. Ja! Ey, komm mal hier! Komm raus! Wir sind schon auf dem Weg. Ja, ich muss es anders machen. Äh, öffentlich. Es war zu öffentlich. Ich muss da so... Oh! Rüberklettern, ne? Ah. Tu das nicht, Mann. Ah! 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 Komm!